Ich habe mich damals für Steffi als meinen Coach entschieden, weil ich wusste, ich brauche jemanden, der mir so einen richtig klaren, fetten, direkten Tritt in den Arsch verpasst. Ich war damals noch echt emotional abhängig im Außen, insbesondere von meinen Eltern, habe da die Macht abgegeben und konnte noch überhaupt gar keine Grenzen setzen und war auch teilweise echt unsicher. Und jetzt heute ist es einfach ganz anders, es ist wirklich wie eine neue Welt. Ich kann Grenzen setzen und zwar ganz klar und in Liebe. Ich kann Menschen und Dinge in Liebe loslassen und habe wirklich die Entscheidung getroffen, einfach weiterzukommen. Und deswegen kann ich ja jedem, die Steffi, wirklich nur ans Herzen legen, der auch sagt, hey, ich will wirklich in meinem Leben weiterkommen und möchte dafür jemanden haben, der mir auf eine klare, liebevolle Weise sagt, ja, was Sache ist und da auch einem die Blindenflecke aufzeigt. Von daher, Steffi, vielen lieben Dank für dich in meinem Leben. Ich empfehle dich von Herzen weiter.